Oran Yasevich findet die Lücke und trifft zum 3 zu 0. Pontes Nikola Boranjasevic. Der rechte Außenläufer. Mit dem dritten Tor für die Lozano am heutigen Abend. Nicht nur zum Tor gekommen sind, sie hatten zuvor schon eine dicke Chance. Da könnte die nächste kommen. Toller Ball und dann ist er drin. 2 zu 0. 16. Minute, das gibt's gar nicht. Was war das für ein Winkel? Nikola Boranjasevic. Mit dem 2 zu 0 für Lozano. 2 zu 0. 0. 0. 0. 0. 0. Cunha hat erneut viel Platz und Dua kommt zu spät. Voranjasewitsch, 3-1, doch bitte nicht mehr so viel Platz geben. Das hätten sie jetzt unterdessen also schon wissen müssen. Turkes, Turkes, Tor! 2-1, Slosan. Da lassen sich sechs blaue ausspielen von drei weissen. Ah, du meine Güte, ich habe das gar nicht als Gefährdienst. Kommt. Voranjasewitsch. Gesson kann sich da freispielen und das ist das Tor. Eva Gesson schießt Losan in Führung. 1-0. Voranjasewitsch, exzellent. Voranjasewitsch quer, wieder Tor für Losan. Jetzt zählt es auch. 1-0 für den Aufsteiger im Oma-Verbi. Alvin Toc. Sprecher im Oma-Verbi. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.